Moin Moin, hier ist der EF. Heute gibt es eine Fortsetzung von dem Video, die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Es gab zu dem Video aber dermaßen viele Kommentare, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt doch einen Nachtrag dazu. Die Rede ist vom Cooling Towel. Das hier, also das Teil, was man nass macht, sich umlegt und an heißen Tagen wie heute ist das eine echte Wohltat, weil man sich nicht zu Tode schwitzt. Worum ging es jetzt eigentlich in den ganzen Kommentaren? Hauptsächlich um einen Detail, nämlich um das Ausschütteln vom Tuch. Habe ich in meinem ersten Video gar nicht gebracht, weil ich es nicht für wichtig gehalten habe. Ihr findet es doch wichtig, darum kommt heute dieser Nachtrag. Was bedeutet das Ausschütteln eigentlich? Es ist ganz einfach, in dem Moment, wo das Tuch noch patschnass ist, da kühlt das natürlich gut, ist klar. Wenn es dann langsam trockener wird, erwärmt sich das und dann erfrischt es nicht mehr richtig. Also dann geht man einfach her, schüttelt ein paar Mal aus, langt schon, legt es wieder um und dann soll es wieder kühlen. Erste Frage, funktioniert es tatsächlich? Ja, funktioniert. Merkt man wirklich sofort, die erfrischende Wirkung ist gleich wieder da. Aber warum funktioniert es eigentlich? Im Grunde genommen ist das ein alter Hut, denn was das Tuch kann, kann der Mensch schon lange. Was passiert nämlich, wenn es uns heiß ist? Genau, wir schwitzen. Das allein bringt natürlich noch nichts, aber durch das Verdampfen des Wassers auf unserer Haut entsteht Verdunstungskälte. Der Körper kühlt wieder runter und genau das soll er auch durch schwitzen. Was hat das jetzt mit dem Ausschütteln zu tun? Was hat das damit auf sich? Wie funktioniert das? Ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, es ist ein heißer Tag. Ihr seid im heißen Büro. Was macht man da? Genau, man stellt sich vor den Ventilator. Aber warum macht man das eigentlich? Ist ganz einfach, wenn ihr schwitzt und stellt euch vor den Ventilator, dann trocknet das Wasser auf eurer Haut schneller. Mit anderen Worten, es entsteht Verdunstungskälte. Und den Vorgang der Verdunstung kann man natürlich beschleunigen, wenn man vor dem Ventilator steht. Eins darf man dabei auch nicht vergessen. Mit jedem Mal ausschütteln, beschleunigt ihr den Vorgang der Verdunstung. Das heißt, das Tuch wird noch trockener als es davor war. Wie ich anfangs schon sagte, wenn es richtig patschnass ist, dann braucht man es nicht ausschütteln, dann kühlt es auch so. Aber je trockener es wird, umso schneller erwärmt es sich, umso schneller muss man es ausschütteln. Das heißt, es ist eigentlich ein Teufelskreislauf. Wenn ihr einmal damit anfangt, müsst ihr das immer öfter wiederholen. Und irgendwann ist das Tuch natürlich dann ganz trocken. Fazit, es funktioniert tatsächlich. Aber eben nur eine begrenzte Dauer. Damit sollten jetzt eigentlich alle Fragen rund um das Cooling Towel beantwortet sein. Falls nicht, schreibt mir das unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! ...